Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber man möchte doch gerade in so einem schweren Jahr die schönsten Geschenke verschenken. Ob das für die Frau ist, ob das für die Mutter ist, ob es für die Schwester ist, die beste Freundin oder die liebste Arbeitskollegin, Sie überlegen bestimmt auch schon lange Zeit, was können Sie diesen Personen Tolles schenken. Und deswegen haben wir Ihnen heute die besten Produkte für die Damenwelt einmal zusammengestellt. Und ich sage Ihnen eins, es ist für jeden etwas dabei. Anfangen werden wir mit einem richtigen Deko-Highlight, wo etwas ganz besonders Flammiges auf Sie zukommt, womit Sie bestimmt jetzt noch nicht rechnen. Ja, ein wunderschönes Bioethanol-Dekofeuer, so spektakulär, so hinreißend. Ich meine, Bioethanol-Dekofeuer sind eh ein Traum, weil sie wunderschönes Licht geben, sie sind eine tolle Dekoration, sie schaffen so ein bisschen Wärme. Aber dieses, haben Sie sowas schon mal gesehen? Das ist unser Tornado-Dekofeuer. Und man schaut da hin und man denkt, oh, ist das wirklich wahr? Da bewegt sich diese Flamme wie so ein Tornado im Inneren von einer wunderschönen Glaskuppel hier. Sie sehen, wie toll das gestaltet ist. Das ist im Design von Carlo Milano gemacht. Wir arbeiten hier nur mit besten Materialien. Wir sehen hier wunderschön Edelstahl, das Ganze. Dann hier diese tollen Glasfenster, die hier so edel eingesetzt sind. Hier oben natürlich auch nochmal diese Ecken schön abgesetzt in dieser Chromoptik. Das ist so ein richtiger Hingucker, so was richtig Schickes, Edles, Wertiges. Und dann dieses Feuer im Inneren, da ist im unteren Teil ein Bioethanol-Behälter drin. Den können Sie auffüllen. 250 Milliliter Bioethanol gehen da rein. Das bedeutet hier circa eine Stunde Brenndauer von diesem wunderschönen Tornado, der wirklich das Highlight, der Blickfang schlechthin ist, oder? Schauen Sie sich das mal an. Ich meine, ein Tornado zu sehen ist so etwas, wo man denkt, ich habe noch nie einen Tornado in echt, in live gesehen. Sie holen sich dieses Feuer nach Hause. Sie holen sich die Leidenschaft nach Hause. Sie holen sich hier ein Tornado-Feuer, das so schön ist. Und so was mal als Geschenk. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Man schenkt natürlich hier etwas, das Wärme spendet, das auch ein tolles Licht abgibt. Denn dieses Bioethanol-Feuer, diese Flamme, ist im unteren Teil immer so ganz leicht bläulich, fast so ein bisschen lila. Und dann geht die nach oben hoch in dieses tolle, tolle Orange. Also allein die Flamme ist so schön. Und dass sie dann auch noch diesen Tornado-Effekt macht, das ist natürlich spektakulär gemacht. Weil das geht nur hier durch diesen Luftzug, der von den Seiten hier ganz leicht hier reinfährt. Und der dann diesen Flammeneffekt auslöst. Also sowas einmalig, muss ich sagen. Vor allem für den Preis von 37,48 Euro. Ich habe diese Bioethanol-Tornado-Feuer schon an anderer Stelle gesehen. Vielleicht haben Sie das auch schon mal, das sieht man manchmal bei so Stars und Sternchen. Oder zum Beispiel auch in diesen Wohnmagazinen, wo dann irgendwelche sehr, sehr wohlhabende Leute mal ihre Wohnung präsentieren. Und da kosten die manchmal weit über 100 Euro. Ja, unsere kommt hier von einer unverbindlichen Preisunfühlung des Herstellers von knapp 80 Euro. Sie bekommen hier dieses edle Designstück aus dem Hause Carlo Milano für 37,48 Euro. Und das mit der Bestellnummer der NX 6230 und der 569. Gönnen Sie sich das. Gönnen Sie sich doch einfach mal dieses ganz besondere Geschenk. Das ist so ein Geschenk, das werden nicht viele haben. Das werden ganz auserwählte Personen haben. Das bleibt in Erinnerung. Es wacht auch oder es erweckt auch so ein bisschen die Lebensflamme wieder. Weil genau das passiert ja, wenn man eine Flamme sieht. Man hat das Gefühl, wieder mehr Power zu haben, mehr Energie zu haben, mehr Kraft zu haben, mehr Stärke auch wieder zu haben. Das ist ja auch letztendlich ein sehr, sehr starkes Element, was hier verarbeitet ist. So Feuer, das steht ja auch wirklich für Power, würde ich sagen. Und es gibt bestimmt auch bei Ihnen jemand, eine Dame vielleicht. Sie können es natürlich auch für einen Herrn jetzt bestellen, der wieder ein bisschen Energie braucht, der wieder ein bisschen Power braucht. Ja, bei dem das Feuer wieder entfacht werden muss. Und da haben Sie es hier ganz stark, dieser Tornado-Effekt, der nach oben geht und wunderbar elegant und schick verarbeitet einfach. Mich beeindruckt vor allem hier auch diese Verarbeitung, weil wir hier die edelsten Materialien haben. Es sieht wunderschön elegant aus. Stellen Sie sich das mal vor, bei Ihnen zu Hause dann vielleicht auch schön auf den Tisch gestellt. Weil Sie können es ja überall positionieren. Sogar in die Mitte vom Tisch schön. Oder vielleicht auch bei Ihrer Mama oder vielleicht der guten Freundin. Da würde das vielleicht, Sie haben das schon vor Augen, wo das stehen könnte, so auf der Anrichte oder vielleicht sogar im Schlafzimmer, um da mal wieder die heiße Flamme zu erwecken. Oh, das ist aber eine gute Idee. Ich glaube, das kann jeder auch immer mal wieder gebrauchen. Einfach mal so ein bisschen Aktivität wieder ins Leben hineinkriegen. Und das zu einem ganz, ganz kleinen Preis von 37,48 Euro. Mit der Bestellnummer der NX 6230 und der 569. Ganz wichtig, nur mit der 569 bekommen Sie hier unseren TV-Sonderpreis. Es ist etwas Edles, es ist etwas Besonderes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde, glaube ich, hier schon fast zwei kaufen. Links und rechts einstellen, vielleicht auch so neben die Eingangstür. Das sieht noch mal ganz anders aus. Man hat so einen richtigen Wow-Effekt, den natürlich hier unser Bio-Ethanolfeuer für Sie macht. Ja, und Bio-Ethanol müssen Sie nicht im Baumarkt kaufen. Das können Sie gleich mit in Ihr Paket hineintun. Nämlich für einen ganz kleinen Preis von 6,56 Euro. Ja, da haben wir 100 Liter von diesem Bio-Ethanol für Sie in bester Qualität. Das können Sie dann natürlich direkt einfüllen. 250 Milliliter gehen hier rein. Und wir sehen hier auch noch mal, ganz wichtig, TÜV Süd zertifiziert, geprüft das Ganze, sodass Sie wissen, Sie haben da eine gute Qualität, die Ihnen wirklich ein wunderschönes Feuer dann auch bringt. Im Lieferumfang ist übrigens auch noch eine Löschhilfe mit dabei, sodass Sie das Feuer jederzeit natürlich dann auch ausmachen können. Wenn Sie möchten, Löschhilfe wird Ihnen zu unserem tollen Dekofeuer direkt mit dazu geliefert. Es ist die perfekte Kombination. Erst natürlich unser Dekofeuer und dazu passen natürlich unser Bio-Ethanol ein Liter mit der Bestellnummer der PX 7649 und der 569 zum kleinen TV-Sonderpreis von 6,56 Euro. Und jetzt kommen wir zu einer wahren, wahren TV-Neuheit, müssen wir ja wirklich sagen. Denn das ist ein nagelneues Gerät, jetzt sofort ab Lager lieferbar. Und wir sprechen hier von einem Profi-Akkumassage-Gerät schon, Kathi, ne? Ja, das stimmt. Und zwar brandneu kommt, warte, ich muss mal ein Stück rutschen hier, in diesem schönen Koffer zu Ihnen nach Hause. Und das Tolle ist, Sie haben jetzt alles an Zubehör direkt mit dabei, weil es sind hier insgesamt und das in diesem wunderschönen Aufbewahrungskoffer für Sie sechs Massageaufsätze, die hier mit dabei sind, um wirklich alle Stellen des Körpers perfekt zu massieren. Das heißt hier, da sehen wir es auch nochmal, einmal dieser große, runde, großflächige Aufsatz, diese Kugel. Die Kugel gibt es auch noch ein bisschen kleiner, das ist perfekt für zum Beispiel dann die größeren Flächen, wie zum Beispiel auch Rücken, Beine, um die zu massieren. Dann haben wir den zweiten Aufsatz, das ist dieser, der so leicht geschwungen ist, das ist der für die Akupunkturpunkte, den haben wir mit dabei. Wir haben einen pilzförmigen Aufsatz mit dabei, der ist gerade für verspannte Muskelgruppen zum Beispiel, auch an den Armen oder wenn man mal so oben an der Brust so ein bisschen, wo man sagt, oh, da habe ich einen Muskelkater, ich habe so viel Laub gerecht oder sowas, dann ist der ideal. Und wir haben noch ganz toll diesen konischen Aufsatz hier mit dabei, der ist ideal für die Handflächen und für die Füße, wenn Sie sich eine schöne Fußmassage zukommen lassen wollen selber, ein Traum. Und das funktioniert ganz einfach, Sie wählen den Aufsatz Ihrer Wahl einfach aus, stecken den oben dann auf das Gerät einfach einmal drauf, das geht ganz einfach. Und dann haben Sie auf der Rückseite hier ein ganz tolles, übersichtliches Display, das Sie dann benutzen können. Da sieht man auch immer alles angezeigt, einmal natürlich auch den Akkustand. Und da kann man jetzt insgesamt bei diesem Gerät hier 20 Stufen anwählen. Sie sehen hier dann immer die Stufe. 20 Intensitätsstufen? 20 Intensitätsstufen. Die Laufzeit, wenn der Akku einmal voll ist, beträgt hier bei diesem tollen Gerät 5 Stunden. Schau mal, wie das gerade wirkt. Man sieht ja richtig, wie diese Kugel ganz stark jetzt gerade arbeitet. Guck mal, ich kann noch höher. Stell dir mal vor, das ist ja noch nicht das Maximum. Nein, das ist noch nicht das Maximum. Aber schauen Sie mal. Und ich habe das ganz leicht hier nur in der Hand, das fühlt sich sehr gut an, es liegt sehr leicht und gut in der Hand. Das Gerät arbeitet für Sie. Weil oft ist es so, wenn man jemanden massieren möchte, dann werden einem schnell die Finger müde und man denkt, oh, das ist anstrengend. Schauen Sie, hier macht das Gerät alles. Das heißt, das ist Ihr Masseur für zu Hause, den Sie auch überall schön mit hinnehmen können, da er absolut kabellos ist. Das heißt, überall perfekt mit hinnehmen, wenn man möchte. Selbstverständlich ist das Ladekabel auch im Lieferumfang dabei. Und dann können Sie hier wunderbar sich verwöhnen. Und ich bin jetzt mal eine Sekunde leise, weil wir müssen mal drauf hören. Ich finde es so genial, das Gerät hat fast kein Geräusch. Haben Sie das gehört? Wir sind mal leise. Da hört man fast nichts. Man merkt nur so diese leichte Bewegung der Kugel jetzt gerade. Aber das ist doch genial. Das ist unsere nagelneue Akkuhandmassagepistole. Das in dieser großen, großen Deluxe-Version. Das Vorgängermodell, das war schon so oft vergriffen, so oft schon ausverkauft. Und jetzt hier dieses nagelneue Modell und Sie können einer der ersten sein. Vor allem der große Vorteil ist, es ist sofort ab Lager lieferbar. Das heißt, Sie können heute bestellen, ist in wenigen Werktagen bei Ihnen zu Hause. Und dann können Sie sich auf eine richtig tolle Massage freuen. Was ich so toll finde, dass du diese verschiedenen Aufsätze hast, dass du für jede Körperpartie etwas dabei hast. Sechs Aufsätze sind mit dabei und das Gerät ist in einer so fantastischen Qualität verarbeitet. Das muss ich nochmal sagen. Also das ist so spektakulär. Es fühlt sich richtig gut an in der Hand. Und durch diese leise Arbeit, die es hier verrichtet, also perfekt auch einzusetzen. Mal so abends im Schlafzimmer noch zum Beispiel. Oder selbst wenn man irgendwo unterwegs ist, kann man es schön einsetzen. Das ist, weil hier direkt ein Brushless-Motor verbaut ist. Das sind diese Motoren, die nahezu verschleißfrei arbeiten. Also sehr, sehr hochwertig das Ganze. Richtig schön. Sechs Aufsätze sind wie gesagt für Sie mit dabei, für alle Körperregionen. Egal, ob Sie großflächig dann massieren wollen oder auch ein bisschen punktueller zum Beispiel. Das ist wirklich eine fantastische Sache. Auswechseln geht ganz einfach. Einfach im vorderen Teil runternehmen und dann das nächste wieder aufsetzen. Und wir haben natürlich auch hier für Sie direkt dann diese tolle Tasche mit dabei, wo Sie es dann auch transportieren können, wenn Sie das möchten. Also da wurde an alles gedacht, muss ich sagen. Das ist so spektakulär einfach, weil man das dann auch schön in diesem kleinen Köfferchen mitnehmen kann, wenn man möchte. Und ich mache jetzt hier nochmal diesen Pilzaufsatz drauf, um Ihnen das zu zeigen. Der ist nämlich super schön auch zum Beispiel, um dann halt so richtig verspannte Partien zu massieren. Sehen Sie das, wie der arbeitet? Der pumpt so richtig. Das ist einfach toll. Jeder Aufsatz für sich macht dann nochmal eine andere Massage. Andere Massage A hat ein anderes Gefühl. Und Sie kriegen sechs von diesen Aufsätzen mit dazu. Also das ist Massagevergnügen pur. Also wer Massagen liebt, liebt das. Massage Deluxe muss man einfach mal wirklich sagen. Und es ist genial für Sie gemacht, für 70,71 Euro, gerade jetzt in der momentanen Zeit, wo wir natürlich auch so ein bisschen in diesem Stressfaktor sind, beziehungsweise wo wir so ein bisschen durcheinander natürlich auch sind, wo wir alle im Homeoffice sind, vielleicht eben auch einfach mal nicht unseren Standardstuhl haben. Dann ist das doch jetzt einfach wirklich genial. 70,71 Euro, unser Akku-Hand-Massage-Gerät mit sechs verschiedenen Aufsätzen. Diesen tollen, tollen Koffer mit der Bestellnummer NX4164 oder 569. Und jetzt gehen wir in den Bereich der Küche. Und ich sage Ihnen eins, das, was jetzt kommt, das haben Sie so in dieser Art und Weise noch nicht gesehen. Denn das ist wirklich genial. Das stimmt, denn wir haben jetzt hier eine tolle Heißluftfritteuse für Sie. Und die ist so toll einfach. Ich muss nur ein kurzes Strom einstecken, damit ich es Ihnen auch zeigen kann. Weil sowas, das wünschen sich, weiß ich, ganz, ganz viele. Und die ist so fantastisch, weil man hier quasi fettfrei frittieren kann. Es wird mit heißer Luft gearbeitet in diesen Heißluftfritteusen. Und dieses Modell ist noch ganz speziell. Das ist ganz neu hier bei uns. Weil das hat gleichzeitig auch noch eine Backofen-Funktion hier im unteren Teil. Schauen Sie sich das mal an. Ist das super. Und zwar mit einem riesigen Füllvolumen hier von insgesamt zwölf Litern. Zwölf Liter. Es gibt Modelle, die haben vielleicht mal vier. Es gibt Modelle, die haben drei. Es gibt Modelle, die großen, dann mit sechs. Zwölf Liter Füllvolumen, die wir hier haben. Da kannst du mal auch so eine vierköpfige Familie mit versorgen. Du kannst da wunderschön zum Beispiel kleine Pizzen drin machen. Alles von diesen Tiefkühl-Sachen, die du findest im Tiefkühl-Regal. Sei es auch mal jetzt vielleicht ein paar Plätzchen, die man backt. Oder vielleicht sogar ein paar Windbeutel, die man sich mal eben aufbacken möchte, die man warm machen möchte. Das Gute ist, dass Sie hier neben diesem kleinen Backofen, den Sie übrigens wunderbar auch im oberen Teil einstellen können, hier auch voreingestellte Programme haben. Und zwar hier wunderschön, da sehen wir es, 1818 voreingestellte Programme. Und da ist alles mit dabei. Also wenn Sie jetzt überlegen, wie soll ich denn Pommes machen, wie soll ich Pizza machen. Hier ist für Sie alles schon voreingestellt. Man tippt hier nur die entsprechende Taste an. Sei es jetzt Fisch oder Schrimps oder Pizza oder zum Beispiel auch Pommes. Das ist alles mit Kuchen hier zum Beispiel, Gemüse. Alles mit dabei. Und dann kann man das perfekt anwählen hier. Sie haben hier, ich kann hier auch mal unten, dann Licht an und aus machen übrigens. Sehen Sie unten der Backofen, da geht dann immer Licht an und aus, wenn man hier diese Taste bedient. Das ist super praktisch. Schauen Sie mal, da kann man immer schauen, wie weit sind die Plätzchen denn jetzt schon, wie weit ist die Pizza jetzt schon. Das Tolle ist, wir haben im Lieferumfang für Sie alles an Zubehör mit dabei, sodass Sie hier mit dieser Heißluftfritteuse, mit dem Backofen auch direkt loslegen können. Und zwar hier sehen wir einmal direkt diesen großen Drehkorb. Ein Drehkorb ist ideal, um Frittiergegenstände, zum Beispiel Pommes oder auch Kroketten, gleichmäßig knusprig lecker zu bekommen. Pommes genau so, wie man sie sich wünscht, von jeder Seite komplett knusprig, aber ohne Fett, nur mit Heißluft. Das heißt, Sie sparen unheimlich an Kalorien mit so einer Heißluftfritteuse und Sie sparen Zeit, weil so eine Heißluftfritteuse, so ein Heißluftbackofen ist sofort heiß. Den macht man an und der ist sofort einsatzbereit. Sie kennen das von den normalen großen Backöfen, da muss man immer ewig warten, bestimmt 15, 20 Minuten, ehe die temperiert sind. Hier einfach anmachen, schon geht das Ganze los, für Pommes zum Beispiel, aber auch zum Beispiel zum Grillen. Wir haben für Sie die gesamten Grillaufsätze mit dabei. Da sind die Grillspieße mit dabei, komplett im Lieferumfang, sodass Sie dann auch, wenn Sie möchten, hier Sachen auf so Grillspießen zubereiten können. Wir haben dann die Gitter mit dabei, das sind diese Einschübe, die kennen Sie, so Rost sagt man, glaube ich, umgänglich. Davon haben wir gleich drei Stück für Sie mit dabei und wir haben selbstverständlich auch ein Backblech für Sie mit dabei. Und dieses ganze Zubehör ist alles direkt im Lieferumfang dabei, sodass Sie direkt lostoben können und dann zum Beispiel grillen können, backen können, braten können, wenn Sie wollen. Man kann da auch ein schönes Hühnchen reinmachen, das sich dann so dreht, das geht sogar auch. Man kann zum Beispiel auch dörren in dem Gerät, man kann garen in dem Gerät, man kann toasten und man kann auftauen und aufwärmen. Und das ist eine Sensation, weil normalerweise kann man ja in einer Fritteuse überhaupt nicht warm halten, aufwärmen oder auftauen oder sowas. Oder dörren, wer kann denn in einer Fritteuse dörren? Das geht gar nicht. Dieses Gerät kann das alles und deshalb ist das der Küchenhelfer schlechthin. Man spart sich Zeit, man spart sich Kalorien. Wir wollen ja alle ein bisschen auf die Linie achten. Jetzt kommt ja wieder die schöne Jahreszeit mit Plätzchen und mit lecker Essen. Aber hier, da können Sie direkt fettfrei alles zubereiten. Und das ist das Geheimnis, wenn man die Zubereitungsart kennt, wenn man dann auch sagt, ach, wieso geht das bei anderen immer so leicht und schnell? Ja, wahrscheinlich haben die schon so eine Heißluftfritteuse. Es geht super schnell und das für einen ganz kleinen Preis. Das umfangreiche Zubehör, gratis mit für Sie dabei. Und das zum kleinen TV-Sonderpreis von 110,44 Euro. Ich muss Ihnen ganz ehrlich eins sagen, mit so einer Fritteuse können Sie sogar selbst eigene Pommes herstellen. Einfach eine frische Kartoffel nehmen, die einfach schön in dünne Spalten schneiden, in die Fritteuse rein. Die werden besser als jede TK-Ware. Und ich muss Ihnen eins sagen, ich habe noch nie so eine Fritteuse gesehen, wo 18 verschiedene Programme dabei sind. Ich selbst habe eine Heißluftfritteuse. Ich möchte die nicht mehr missen. Ich muss Ihnen aber ganz ehrlich sagen, ich bin kurz davor, meine gegen diese jetzt hier auszutauschen, weil die einfach fast alles kann. 18 verschiedene Programme. An alles hier wirklich für Sie gedacht. Ob das mal die Kekse sind, die Sie backen möchten, ob Sie mal Ihre eigenen Gemüsechips herstellen wollen oder ob Sie eben vielleicht auch mal das perfekte Steak haben möchten. Das geht alles hier mit unserer XXL Heißluftfritteuse plus natürlich zusätzlich nochmal unseren Mini-Umluftofen und das alles in einem Gerät. Und das sind unsere Geschenkempfehlungen für die Damen, für die Mutter vielleicht die Heißluftfritteuse, damit die nicht mehr so lange in der Küche steht. Vielleicht für die gute Frau mal ein Massagegerät, damit Sie ein bisschen mehr Fernsehen gucken können. Oder vielleicht auch nochmal unser Bioethanolfeuer für die Großmutter, damit die einfach nochmal ein richtiges Deko-Highlight hat. Ganz viele verschiedene Ideen gibt es. Jetzt dürfen Sie eins machen. Gerne anrufen unter der 0180 51 51 und 3 mal die 2. Und dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß beim Verschenken.